So, ich mach mal weiter. Hals hier ein bisschen zurechtfüllen. Kurz überlegen. Wir könnten ein bisschen noch Holze grauen. Natürlich auch Federn, was wir sehen. Ich guck gerade, der Steine dringt hier, der große. Das bringt Steine. Gut. Wir haben hier ein bisschen aufgebaut, haben die Basis und die Verteidigung gegengesetzt haben. Werden wir mal in ihrem Gamer erfunden. Kohle, oder? Ah, Kohle. Wir brauchen nicht unbedingt. Wir brauchen Holz. Okay, gut. das haben wir schönes kleiner stein bruchssand wie gesagt holz 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 haben holz kein honig Zeit dreht schnell ich hab ein bisschen an den Togen gestellt Ein bisschen leiserweg. Ah, Straße. Soll ich mich gegen ein Auge behalten? Ah, da ist schon einer. Soll ich mich ein bisschen entfernen. Soll ich nichts zu mir locken. Soll ich mir einmal verhungert bin? Soll ich keine Bärme stehen. Oh, ein Vogel heißt. Stoffsetzen. Es ist kalt. Hier können theoretisch bis zu 16 Spiele noch zusammenspielen. Wasser. Das beginnt wir auch gleich. Das ist wirklich schwierig. Feil haben keine mehr. Jetzt sehe ich mal keine. Fäder. Ach, Fäder haben wir ja. Wasser. Warum Durst? Eis. Mal trinken. Die. Das schöne ist, dass die Flaschen nicht weggehen. Ne? Das hat nichts Problem. Ja, meine, das ist die beste. Da ist gerade mal auf 17. Zeit mal auf. Was? Du hast mir noch gefehlt. Ja, ich habe mal hinterherlaufen. Von der Hütte weglocken. Ich will hier doch nachts für den ganzen Fall nutzen, wenn ich am Tage. drei pfeiler die vier und um eine dann wenn wir mal eine fahrlocken ja das war eigentlich ein blöd von dir rechts habe ich glaube nicht nicht. Das heißt am Bett, da sie ja im Haus sind, muss ich mal schauen, dass ich da jetzt was in meine Tasche kriege. Da ist nicht viel drin. Da muss ich mal aber Gelegenheit. Okay, das ist nicht mehr gemeint. So eine Tasche lassen, die andere, die große, leer. Gut, das reicht für heute, gehen wir mal zurück, versuchen wir mal ein bisschen Verfalle herzustellen. So, alles sicher? Zur Küchung. Gäste. Bären. Schuhe, das ist gut. Alibase, Geld. Hab ich schon mal Geld hier gehabt. Glaskrug. Super, Pfeile. Schaubfärzteine, Kohlebrocken, Drahtpulver, Eier, Zweite Axt. Zwarze, kann man Bäume platzen. Einbruchdinger, Federn. Eisen. Gut, werden wir mal sehen. Was ich vergessen machen wollte. Ach, Schuhe anziehen. Beinschienen, das können wir auch noch machen. Jetzt zog sie gut. Ja. Munition. Gut, das machen wir schon mal, ne? Räumefeuer, Maismehl. Saft. Haustuch. beiden schienen das muss weiter heute neben stein das ist ja auch anfangen können so jetzt geht's nachdenken im ersten brauche nix wie sie gerade wieder lebendig geworden hier lassen können handschuhe ja genau dass ich auch kalt besser wie nix mit der top festen so trottel ja traurig ist gut ja hier und hinten auch die hälfte auch die andere jetzt an schöne falle ich will mal etwas gucken wir werden was tun jetzt dauert noch eine weile die lassen da so baum 20 u36 da kann man nicht mehr aufreißen das gebäude oben juckt mich ganz schön gewaltig da haben wir steine gut der händler sein vielleicht okay geht's raus noch nicht geschafft cool auch nicht wirklich Da kriegen wir hier mal was raus. Kleiner oder Leben oder ähnter Kleinen. Schneekugeln. Jetzt kriegen wir Leben raus, das ist gut. Jetzt müssen wir irgendwie nur was finden, um effektiver arbeiten können, ne? Jetzt gehen wir mal rein. Jetzt seh ich gerade das Loch. Kann doch nicht gut sein. Na, da habe ich irgendwas gut gemacht. Das war es irgendwie nicht. Latsch, stell mal rein, wenn ich falle. Ach nee, fast tot. Ne. Sechs. So. So. Erstmal was. Das geht meistens. Ach so. Jetzt ist gerade... ...nach geworden. Rimmige Erde. Eisen. Mit Eisen gehabt? Nein. ... ... ... ... ... ... ... Das ist der Wahnsinn, ne? Achso, das können wir noch machen. Äh, magisch. Jetzt hat man gekillt. Best. Karte. Weit war er noch nicht gewesen. Das ist ein riesige Kader, wo man hin könnte. Anders könnte da oben das Gebäude sein, weil da oben sagt er das. Das könnte, wenn man den Weg mal folgen. Das ist genau 10 Uhr. Ja, jetzt besuch kriege. Aber ich habe keine Chance, weil... Das ist ein riesige Kader. Und dann hat das bei mir ein Keller. Das ist ein riesige Kader. Das wäre noch nicht gewesen, wenn man lernen könnte. Das ist nicht mehr... Das ist gut. Das ist ein riesige Kader. liebe weil ich bin nämlich mächtig am ende das erholt sich jetzt langsam aber sicher ich hab draußen befallen können wir ganz kurz gucken ja ich sag mal jetzt mal tschüss ich danke fürs reinschauen wir sehen uns im video was sehr hell ist und zwar zur frühestunde um vier hier im spiel tschüss